Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen, auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Heute, heute ist es soweit. Es ist endlich soweit und erwähnte ich bereits, es ist heute soweit. Wir fahren mit euch ins gelobte Land, in das Land, wo ich sagen würde, da hat meine Weltreisekarriere, wenn man das so sagen darf, begonnen. Und vielleicht das Land, in das ich bis heute am allermeisten verliebt bin und was vielleicht mein Lieblingsland in Südostasien ist. Heute geht es das erste Mal gemeinsam mit euch nach Thailand. Und wie könnte man Thailand besser beginnen, als wie auf dem klassischen Wege, wie man reinkommt? Wir fangen mit Bangkok an, Christoph. Und ich begrüße dich auf Thailändisch und das ist besser als mein italienisches Spanisch, aber immer noch nicht perfekt. Und sage Yindi Tan Raab. Herzlich willkommen, mein Junge. Hallo in Thailand. Endlich mal. Wir haben noch nichts über Thailand. Wir dachten uns, guck mal, es ist Winter. Die Menschen wollen ein bisschen Sonne. Ihr wollt in den Süden fahren, vielleicht Richtung Thailand. Und natürlich, ja, ihr werdet wahrscheinlich einen Stopp in Bangkok machen. Also ich glaube nicht, dass euer Zwei-Wochen-Ziel jetzt diese riesige Mega-Metropole sein wird. Aber ich glaube, zum Umsteigen, zumindest mal so für zwei, drei Tage, kommt ihr da vorbei. Und deshalb dachten wir uns, wenn es das erste Mal ist, dass ihr da vorbeikommt. Wie beim neuen Nachbarn, dass man sich mal vorstellt, mal so zumindest die grundlegenden Sachen hier, ja, euch zusammen erzählt, was es denn zu entdecken gibt da. Das ist zumindest unser Plan heute hier. Ja, und ich fange mal an. Also, selbst wenn ihr gar nicht nach Thailand wollt, Bangkok ist ja nun auch für die ein oder andere Reiseroute, ja, Umstiegsstadt. Und ich sage mal so, Thailand ist nicht nur die Gottmutter oder der Gottvater des Backpackings. Bangkok ist auch die Gottmutter, Gottvaterstadt des Layoverreisens. Das heißt, ich sage mal, Christoph, ab fünf Stunden, fünf Stunden Layover in Bangkok, lohnt es sich dort auszusteigen in den Zug, mal in die Stadt rein und sich das Ganze anzuschauen. Und natürlich, wenn man es über der Nacht noch verlängern kann, auch optimal. Wir machen das ganz häufig. Dann geht es vor dem Rückflug nochmal einen Tag früher wieder hin. Es ist einfach eine wunderbare Stadt und ich sage mal so ein bisschen, sie vereint ganz, ganz viele nette Facetten, die es in Südostasien gibt. So ein Schmelztiegel auch aus verschiedenen asiatischen, südostasiatischen Kulturen. Und dementsprechend, ja, das ist einfach eine fantastische Stadt und eine Stadt, die einen wunderbar überfordert, sage ich gleich zu Beginn schon mal. Ich glaube auch, denn in den vielen, vielen Jahren, in denen wir unterwegs sind, haben wir immer Leute getroffen, die entweder Bangkok sehr mochten oder die sagten, ey Bangkok, richtig furchtbar, da will ich nie wieder hin. Wir versuchen das mal so ein bisschen darzulegen, unsere Meinung, so wie immer, eigentlich sehr objektiv hier. Ihr werdet euch wahrscheinlich einer der Gruppen auch anschließen, nachdem ihr da wart. Am Ende, so ein Mischding gibt es eigentlich ganz selten. Zumindest haben wir die anderen Reisenden selten so gesehen. Also entweder man liebt es oder man hasst es, dieses Chaos und diese Überforderung, die du gerade sagtest, völlig richtig. Ich finde es vor allem immer spannend, das hast du genau richtig gesagt. Das Tolle ist halt, also den ersten Tag, wenn man tatsächlich das erste Mal nach Südostasien vielleicht reist und das erste Mal so eine Tour macht und du landest in Bangkok und du steigst da aus, machst da irgendwie ein, zwei Tage und kommst in diese Stadt rein, es überfordert dich massiv. Was aber spannend ist, wenn du dann zwei, drei Wochen da warst, in anderen Teilen logischerweise oder vielleicht nochmal in dem ein oder anderen südostasiatischen Nachbarland, dann wirst du plötzlich merken, dass auf dem Rückflug du da schon viel gelassener in diese wilde Achterbahnstadt Bangkok hineingehst. Und was man eigentlich so über die Wochen vorher gelernt hat und wie man sich selber auch so ein bisschen akklimatisiert hat, ist eine ganz spannende Selbststudie. Die habe ich bei meiner allerersten großen Thailand-Rundreise, da war ich drei Wochen in Thailand und Kambodscha, gemerkt. Also als ich wieder da war in Bangkok, beim zweiten Mal auf dem Rückweg, da war ich schon viel gelassener. Da habe ich den Tuk-Tuk-Fahrer schon gefragt, ob er nicht, ob er drauf besteht, selber zu fahren. Gib mal her den Lenker jetzt. Gib mal her. Ich weiß, wir fahren hier links. Komm, lass mich mal fahren. Also passt auf, wenn ihr jetzt gerade überlegt, ihr habt irgendeine Flugsuchmaschine auf, Schatz, sollen wir jetzt da hinfahren oder nicht? Macht es einfach mal. Wie gesagt, wenn es ein Layover ist, eine Nacht, ja, wenn ihr da ein paar Euro beim Flug noch sparen könnt, selbst wenn es so sieben, acht Stunden Layover sind, macht das mal. Guckt es euch mal an und dann könnt ihr hinterher immer noch diskutieren, ob ihr vielleicht später nochmal hin wollt und ein bisschen mehr entdecken wollt. Also machen wir so ein kleines Bangkok für Anfänger, würde ich es mal sagen. Bevor wir aber loslegen, wir müssen ja unseren kleinen Rucksack packen. Und ich weiß, man nimmt nach Thailand eigentlich gar nicht so viel mit, als Mann sowieso ein paar Tanktops, paar Badehosen. Das war es auch schon. Für Bangkok, würde ich sagen, müssen wir mal gucken, ob wir da noch so ein, zwei, drei Artikel haben, die vielleicht ins Gepäck sollten. Hast du was zufällig, spontan dabei in deiner Reisepackliste? Also ich habe mir lange Gedanken gemacht und ich habe mich heute mal für eine ganz besondere Form entschieden. Und zwar habe ich mich dafür entschieden, heute mal, ich habe eine dunkle Liste und eine helle Liste mit. Also ja, ich würde gerne mit beiden mit euch drüber reden, weil wir haben ja gesagt, es gibt die Hassliebe und es gibt die Liebesliebe zu Bangkok. Und beides ist hier so ein bisschen vereint, aber wenn man die dunkle Liste beachtet, dann wird das wahrscheinlich ein sehr, sehr heller Urlaub. Und ich fange mal an, ich habe, wie gesagt, erste Langstreckenreise. Ich habe in keiner Stadt nach drei Minuten so gut verstanden, warum man sich gegen Hepatitis impfen sollte. Also Hepatitisimpfung A, B, C bis Z runter, macht das komplett vorher, weil wenn ihr da wirklich Essen trinken auf der Straße, es gibt wirklich, also Infektionsherde, daran mangelt es in Bangkok wirklich nicht. Das ist offensichtlich von der dunklen Liste und auf der hellen Liste, Christoph, gleich parallel dazu, ich sage immer zwei, sonst dauert es zu lange, ist das Tanktop. Weil für mich, keine Stadt der Welt lädt so zum Tanktop tragen ein, diese schwüle, diese heiße Luft und dann aber einfach diese Freiheit mit einem Tanktop rumzulaufen, ist einfach wunder, wunderbar. Ich möchte gerne mal wissen, über wie viele Zäune wir schon geklettert sind, in irgendwelchen Hinterhofen, also ich, also da, von daher impfen wir gerne alles, alles draufpacken, was es gibt. Meine Vitro, wir da schon über. Tollwut ist dann auch, ne, du weißt nicht, haben die Hunden, Löwen, Tiger, ja. Ja, plus Tanktop, ja, hast recht, aber wenn ihr jetzt euer schönstes Tanktop, irgendwie so ein NBA-Basketball-Trikot irgendwo auf dem Fake-Markt gefunden habt, ist schön, sieht gut aus, aber kommen wir nachher bei Sehenswürdigkeiten dazu. Wenn ihr in den Tempel geht, vielleicht noch was drüberziehen, so ein bisschen Respekt zeigen, auch das nochmal der kleine Tipp. Also Tanktop gerne, aber vielleicht für den Tempel dann nochmal ein bisschen was drüberpacken. So, ja, irgendwie so, pass auf, mein erster Punkt, habe ich auch lange nicht verstanden. Ich habe das mal in China erlebt, als ich da so zwei Wochen war, haben viele, viele Chinesen ihre eigenen Stäbchen. So, da wir hier in so einer kleinen Anfängerfolge sind, kann das sein, wenn ihr zum ersten Mal in so eine Garküche geht, die am Straßenrand steht. Ich sage mal so, es ist wie beim Oktoberfest, die Stäbchen werden kalt gespült da, mehr oder weniger, nur abgewaschen. Wenn euch das jetzt schon den Herpes auf die Lippen zaubert, dann könnt ihr vielleicht eure eigenen Stäbchen mitnehmen. Kauft die vorher irgendwo, gibt es alles Metall, die kann man zusammenschieben dann, oder selbst aus Holz, dann wisst ihr, nur ihr hattet die in der Hand, im Mund oder wo auch immer. Das ist vielleicht schon mal der kleine Tipp für die Beginner hier unter uns, also eigene Stäbchen mitzunehmen. Du fängst auch gleich auf der dunklen Seite an, also auf der dunkler Seite tippen. Achso, Achtung, so ein Vorsichtstipp. Na gut, aber das geht ja schon mal in die richtige Richtung. Solltet ihr eure eigenen Stäbchen nicht eingepackt haben, ja, dann empfehle ich euch den Punkt 2 von meiner dunklen Liste. Und das ist das sogenannte Emergency Kit. Gut, und das ist jetzt wirklich, ich bin mal gespannt, wie das resoniert, aber ich sag mal so, Südostasien, eine eigene Rolle Klopapier. Schön vierlagig, sicher ist sicher. Die mit den Beeren drauf, ja, ja, genau. Ja, und dazu in den Hohlraum in der Mitte, packt euch nochmal schön ein paar Kohletabletten. Das ist das Emergency Kit, da kann euch nichts mehr mit passieren. Meine Güte, ja, jetzt machen die Leute nämlich nicht so Angst hier. Dunkle Liste Kasse. Nee, aber das, aber pass auf, das ist ja, wir haben ja hier Zeit heute und ich glaube eh, wir müssen da nachher zwei Folgen draus machen. Ich sagte jetzt schon, das werden zwei. Aber wir werden mal schauen, wie weit wir in unserem Zeitrahmen hier kommen. Das Ding ist ja, Christoph, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und das andere ist, wenn du das erste Mal, dass du aus Asien fährst, dann ist dein Magen das noch nicht so gewohnt. Und ich kann dir ehrlicherweise sagen, ab dem zweiten Mal da unten ist mir nichts mehr passiert. Und ich habe auch relativ wenig Leute mit dabei gehabt bisher, wo dann noch irgendwo irgendwelche größeren Schwierigkeiten auftraten, wenn man das einmal hinter sich hat. Und auch nicht so schlimm, aber wenn man wirklich dann von den Garküchen isst auf den Straßen, dann ist man einfach mit seinem nordeuropäischen Magen noch nicht so vorbereitet auf das, was auf einen zukommt. Ab dem zweiten Mal gar kein Problem. Also von daher, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Wir machen das gleich im Thema, im Bereich kulinarisch mal ein bisschen erklären, wie unser Kumpel das immer macht. Und wir das auch inzwischen gemacht haben, wie man sich von den verschiedenen Curryschärfen so ein bisschen hoch arbeitet, bis zum Superfeuer-Curry am letzten Tag vielleicht. Also das ist auch nochmal ein guter Trick. Aber ja, hast recht. Mein zweiter Punkt. Und ich werde in den nächsten Zeiten nicht müde, diese App immer wieder zu empfehlen. Ich habe sie dir empfohlen, privat, immer schon wieder. Aber auch hier Easy Travel. Jetzt schreibt man IZI. Das ist eine App für einen Stadtführer. Wenn man nämlich vielleicht alleine oder auch zu zweit unterwegs ist, gibt es da so einen Audio-Stadtführer. Und wenn man dann an irgendeinem schönen Tempel mal vorbeikommt und jetzt sagen, da würde ich gerne ein bisschen mehr zu wissen, kann man einfach sein Kopfhörer aufs Ohr machen und dann sich etwas fünf bis sechs Minuten dazu vorlesen lassen. Und man stöbert da so ein bisschen drin rum. Von daher geht es nicht für Bangkok. Da geht es sehr gut. Gibt es auch für andere Städte. Aber das ist so mein kleiner Tipp. Könnt ihr auch schon mal nehmen für alle anderen Reisen. Aber ich werde sie immer wiederholen. Du kannst auch nochmal gleich aufschreiben. Wir machen irgendwann nochmal die besten Reise-Apps. Weil der, wo du sagst, ich empfehle dir die App, da fallen mir gleich wieder drei andere ein. Wo ich auch sagen würde, die musst du gleich mit hinten neben installieren, um gut über die Runden zu kommen. Aber guter Tipp, weil die ist wirklich, wenn Christoph mir dieses Jahr echt wirklich, also gibt mir selten mal einen guten Tipp. Also wirklich selten mal einen guten Tipp. Also das sind ja, ja, aber der war wirklich gut. Das Ding nutze ich regelmäßig. Ich glaube, ich habe noch nicht vieles so oft weiterempfohlen wie das Ding. Also diese App, EZ Travel, ist wirklich richtig, richtig cool. Das müsst ihr, ganz ehrlich, und wenn Christoph sich eine App installiert, das müsst ihr euch mal da draußen, so eine kleine Personal Story. Also da muss wirklich schon viel passieren, bis Christoph sich eine App installiert. Auf meinem 2-Gigabyte-Smartphone, was ich für einen Speicherplatz habe hier. Das ist alles immer genau. Der hat, Moment mal, du hast den gleichen wie ich. Aber das Ding ist, aber das ist wirklich eine R-Erkundung, eine RB-Kundung. Und ich habe eben gerade vergessen, Christoph, meine helle Seite zu nennen. Aber ich ziehe gleich mal weiter, mache die dritte dunkle Seite. Also neben der Hepatitis-Impfung, dem Emergency-Notfall-Kit, nehme ich mal Flipflops mit Stahlkappe. Ja, weil ihr könnt mit einem geschlossenen Schuh, könnt ihr echt, also da kriegt ihr, das ist echt warm und schwül dort. Aber so ein Flipflop mit Stahlkappe, den müssen wir nochmal erfinden, um da dann wirklich auch sicher durch Bangkok zu kommen. Weil ihr müsst euch da wirklich in einer Sandalette, müsst ihr euch gut konzentrieren, dass ihr euch da nicht nur einen rostigen Nagel in den Zeh rammt. Ja, ne Christoph, ich gucke dich hier ganz besonders an. Also blutige Füße, da ist Christoph Weltmeister drin. Das kann er. Ich möchte aber auf die helle Seite übergehen, Christoph. Ich habe vorhin noch vergessen, was ich an Bangkok immer noch ganz, ganz toll finde, ist das Thema Bargeld. Weil ich kenne wenige Städte, wir sagen immer, machen mal Witze, Deutschland, da kannst du nirgendwo digital bezahlen. Also Bangkok, wenn du da wirklich über die Straßen gehst und dann auch wirklich im öffentlichen Raum Essen, Trinken konsumierst, dann musst du Bargeld mitnehmen. Da kommst du gar nicht drum rum. Und dann hat er mal schön ein bisschen Geld mit dabei. Und dadurch kann man auch immer das Handy quasi als einziges mitnehmen. Dann packt sich ein kleines bisschen Geld ein und dann ist man so frei, weil man nicht noch die Kreditkarten mit hat. Finde ich immer sehr, sehr cool. Und jetzt habe ich drei in eins, Christoph, weil das dritte ist Oropax. Das ist auch noch von der hellen Seite. Also helle Seite Tanktop, Bargeld Oropax, dunkle Seite Flipflop mit Stahlkappe, Emergency Kit, Hepatitis-Impfung. Sehr gut. Für das Bargeld, da will ich nochmal ganz kurz reingrätschen. Vor allem habt in so einer Außentasche vielleicht bei euch, in der Jeans oder wo auch immer, habt immer so kleines Bargeld drin. Denn wenn er wirklich mal Tuk-Tuk fährt, diese Fahrten, sagenhaft günstig, teilweise wenige Euro, wenige Cent tatsächlich nur. Wenn wir in diesem Abend Tuk-Tuk fahren, dann würde ich dann zwar nie umgerechnet, also große Steine gibt es wahrscheinlich gar nicht, aber so großes Geld hinreicht, der bricht zusammen. Also immer so ein bisschen Kleingeld haben, dass man immer was in die Hand drücken kann. Ein bisschen Trinkgeld ist auch sein Tag sehr, sehr gut gelaufen. Also von daher, Bargeld plus kleines Bargeld an dieser Stelle nochmal. Also das ist nochmal mein Tipp, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ja, also Kleingeld auf jeden Fall. Und ihr habt da echt, ich glaube 40 Bat sind ungefähr ein Euro. Da habt ihr auch mal ein bisschen was zu rechnen, das ist auch gut. Da bleibt man im Kopf ein bisschen fit, ist so ein bisschen das Sudoku unter den Reiseordnungen. Ich glaube irgendwie ein einigermaßen geraden Umrechnungskurs, ihr müsst da immer über Bande spielen. Und von daher, ja, ist das glaube ich eine ganz, ganz gute Sache. Und der Tipp mit dem Kleingeld ist echt wichtig, weil ihr braucht ganz oft und andauernd hier irgendwo mal 20 Bat, mal 30 Bat, mal 50 Bat. Also viele kleine Scheine und ja, dann macht das auch wahnsinnig viel Spaß, Chris Surf. Mein letzter Punkt, du wirst gelangweilt dich zurücklehnen, weil du weißt, das seit Jahrzehnten. Das mache ich immer. Ja gut, das ist, außer wenn ich von meiner App erzähle, dann vielleicht nicht. Aber von diesem Punkt, passt auf, es klingt einfach, aber nehmt euch ein Mückenspray mit. Ihr denkt jetzt, hä, Großstadt, Mücken und so weiter. Ja, das stimmt. Erstmal werdet ihr das sowieso brauchen, weil ihr wahrscheinlich weiter nach Thailand fahren werdet. Weiter nach Thailand, ihr müsst in Thailand. Also weiter nach Thailand, raus in die weite Thai-Welt dann fahren werdet. Da braucht ihr das bestimmt. Aber auch in Bangkok, gerade so am Abend, wenn ihr am Fluss entlang lauft, kommt man nachher beim nächsten noch dazu zu den Sehenswürdigkeiten. Auch da schlagen diese kleinen Biester nochmal zu. Und ich meine jetzt nicht Adrian, sondern wirklich die Mücken. Und das nervt schon. Und ich glaube, unser großer Traum ist noch, wenn wir mal aussteigen, aber wir beide, wir schmeißen doch nochmal alles hin, dann werden wir so ein Mückenspray erfinden, was gleichzeitig noch Sonnencreme drin ist und noch Hautcreme und vielleicht sogar noch Duschgel. Das ist ja noch mein großes Ziel, vielleicht das mal zu erfinden. Dann wären wir reich. Meine Güte, wären wir reich. Das können wir überall verkaufen auf der Welt, glaube ich. Da fallen mir noch ein paar andere Fähigkeiten an, die man da noch reingeben kann. Aber das wäre, dass wir so eine eierlegende Worte... Schmieröl für den Tuk-Tuk wahrscheinlich. Ja genau, das wäre das Schweizer Taschenmesser unter den Körperpflegeprodukten. Da kannst du wirklich dann alles mitmachen. Und ja, von daher, da fällt mir noch einiges ein. Aber ja, das wäre natürlich in der Tat sagenhaft, weil wirklich abends, ihr merkt, dass sobald die Sonne untergeht, da beginnt das große Brumm-Brumm. Und das kommt nicht vom Tiktok. Äh, Tiktok, Tiktok. Tiktok. Auf der meinen Tiktak. Jeder sagt das, was er sagen möchte. Ist doch schön. Jeder das, was er sagen möchte. Der freudige Versprecher. Ja, Tiktok. Muss mich auch mal drum kümmern. Koffer ist vollgepackt. Ihr seht das schon. Anfängerprofi ist vielleicht noch so ein kleiner Tipp dabei gewesen, was ihr mitnehmen wollt. Ich glaube, Adrian, wir teilen dieses Ding wirklich mal in zwei Folgen. Dann hat man schön was zu hören, denn so ein Flug dahin, der dauert ja auch schon mal ein paar Stunden. Es soll euch auch nicht langweilig werden, wenn ihr irgendwo auf die Bahn wartet. Es schneit draußen, es ist kalt draußen. Also machen wir hier zwei Folgen raus. Deshalb splitten wir das mal und springen hier jetzt zum Thema Transport vor Ort. Das ist in Thailand ja immer so eine Sache. Und zwar ist es eine gute Sache, sage ich immer wieder, weil eigentlich müsst ihr euch überhaupt keine Gedanken machen im Transport. Irgendwie kommt ihr da immer hin und weg. Es gibt immer Möglichkeiten, ob es nun morgens um drei ist, wenn ihr mit dem Flieger landet oder nachts um vier. Keine Ahnung. Es ist immer sehr gut, da hin und weg zu kommen. Ja, und ich würde mal sagen, also sollte jemand von euch irgendwann mal eine Bachelor- oder Masterarbeit schreiben wollen über das Thema Transport vor Ort. Bangkok ist the city. Es gibt jede Fortbewegungsmethode in dieser Stadt, aber keine taugt dafür, diese ganze Stadt abzudecken. Also es ist wirklich, ihr habt einen Straßenbau oder einen Bahnnetz. Ja, damit kommt ihr aber mehr oder weniger nur in die eine und in die andere Richtung, aber in die anderen beiden nicht. Ihr habt ein Netz von Kanälen, die können wiederum auch nur einen kleinen Teil der Stadt abdecken. Dann habt ihr ein enges, eng gewebtes Tuk-Tuk-Netz über der Stadt liegen. Das kann natürlich irgendwie doch schon überall hin, ist aber mitunter sehr langsam zäh und gefährlich. Also von daher, durch Bangkok von A nach B, ich sage mal so, Christoph, ich würde Seven vs. Wild, die vierte Staffel, würde ich einfach sagen, da müssen irgendwie sieben Leute von West-Bangkok nach Ost-Bangkok auf den schnellsten Weg kommen und da ganze, dürfen halt irgendwie auch nur so eine Flasche Sachen mitnehmen. Dann mal gucken, wie man da durchkommt. Wäre nochmal eine Idee. Wir dröseln das mal so ein bisschen auf, was du gerade gesagt hast. Zusammenfassend kann man schon mal sagen, nutzt am besten immer eine Kombination aus allem. Also wenn ihr wirklich mit dem Zug fahrt oder mit dem MRT das nächste Stückchen fahrt, dann nochmal mit dem Tuk-Tuk, dann nochmal mit dem Bus weiter und so weiter. Also es ist alles möglich, wenn ihr viel kombiniert. Geht nicht davon aus, dass ihr wie in europäischen Großstädten, ich steige hier in die Metro ein und möchte gerne da zu dem Café. Ah, das wird vielleicht in Bangkok nichts, weil es zu groß ist. Also Kombination. Wir fangen mal an mit dieser Schiene. Du sagtest schon eine MRT. Das Gute ist, die schwebt. Das klingt jetzt komisch, aber die ist auf Stelzen gebaut. Also man kommt den Flughafen an, geht da in den Keller und steigt in diesen MRT ein und schwebt dann über die Stadt. Vorteil, man hat keinen Stau. Es geht relativ zackig. Eigentlich kommt man da auch für einen guten Kurs relativ nah ins Stadtzentrum, nenne ich es mal, wenn Bangkok das Stadtzentrum hat. Aber ihr wisst, was ich meine. Also vom Flughafen weg in diesen Zug rein und raus in Richtung Paya Thai. Da geht euer Abenteuer wahrscheinlich los. Genau. Und Christoph spricht jetzt von dem großen internationalen Flughafen. Wenn ihr natürlich nochmal über den zweiten Flughafen reinkommt, da habt ihr wieder neue Herausforderungen. Aber es gibt endlich, endlich und da haben sie, als sie das erste Mal da waren, noch dran gebaut, diese Bahnlinie. Und damals musste man noch mit dem Taxi in die Stadt fahren. Das kann man heute weiter auch noch machen. Da gibt es eine Autobahn, die aber mitunter, ich sag mal, wenn ihr immer in Paris, von Charles de Gaulle nach Paris reingefahren seid, an so einem Streik Sonntag in Frankreich. Das mal fünf, das ist ungefähr so Rushhour in Bangkok. Da ist schon richtig, richtig Party. Aber ja, die Taxifahrer dort waren damals richtig sauer, dass diese Bahn gebaut wurde, Christoph, weil natürlich die richtig, richtig viele Fahrten hatten. Leute zum Flughafen, vom Flughafen weg. Aber das ist in der Tat mittlerweile die beste, der beste Weg, da in die Stadt reinzukommen. Und wäre für uns auch so der Tipp, wenn ihr ein Layover habt und euch ein Hotel sucht für eine Nacht in der Stadt, immer dicht an dieser Bahnlinie, damit ihr schnell rein und schnell wieder rauskommt. Und ich erinnere mich jetzt, glaube ich, dunkel, Christoph, das kann ein Fehler sein, aber ich bin mir relativ sicher noch, man kann diese Bahntickets nur bar bezahlen im Flughafen. Da kriegt man diesen Token und das ist immer so ein Risikoding gewesen. Also ich weiß nicht, ob man mittlerweile da digital bezahlen kann, aber diese Bahntickets im Flieger immer ein bisschen Bargeld dabei haben, damit man in die Stadt kommt. Und Christoph, als man damals noch Taxi fahren musste, ich bin mir da von so einem Taxifahrer richtig zusammengeschissen worden im Auto. Der hat mich reingesetzt, ich habe gesagt, ich komme aus Deutschland. Und das war so ein Jahr oder zwei, nachdem die große Flüchtlingskrise in Deutschland war, 2015. Und der hat mich vielleicht zusammengefaltet, was das für eine Idee hatten da so viele Leute rein. Also ganz komisch. Und ich so, jung, ich bin im Urlaub. Ich bin im Urlaub, ich finde das hier echt schön alles und so weiter und so fort. Und fahr doch, fahr doch einfach. Naja, das war wirklich ein bisschen strange, aber der hatte echt Ahnung. Also der hat sich da wirklich reingelesen und hat da ganz, ganz viele Details gewusst. Wo ich auch sagen musste, keine Ahnung, ey. Aber ich glaube, wir haben das richtig gemacht irgendwie. Und naja, du hast so viel zu meinen Taxi-Erfahrungen in und um Bangkok rein. Aber da wollte man noch gar nicht drauf zu. Wir wollten erst mal mit dem Zug diese zwei Bahnen, die es dort gibt. Ja, genau. Und nochmal das Thema kombinieren. Also ihr kommt dann da irgendwo an. Paiatai ist die Endstation da. Und dann vielleicht, je nachdem, wo ihr hinwollt, wirklich mit dem Tuk-Tuk weiter. Einfach am Straßenrand winken. Ganz wichtig, wenn ihr noch nie Tuk-Tuk gefahren seid, fragt vorher mal nach, was dieser Spaß kostet. Wenn ihr das nicht macht, kommen da relativ schnell hohe Summen zusammen, die ihr am Ende wahrscheinlich bezahlen müsst. Also, ganz wichtig, vorher verhandeln. Einfach mal fragen. Ich sag mal so, von diesem Endstation jetzt bis zu Chaos Sunroad, diesem ganz berühmten Backpacker-Viertel, kommen wir auch noch drauf zu, sind es vielleicht vier Euro, fünf Euro. Also es ist alles noch bezahlbar, gerade wenn du zu zweit seid, zu dritt seid. Passt auch noch rein. Von daher, reinsetzen und vor allem dann auch genießen. Denn so eine Tuk-Tuk-Fahrt, das ist schon richtig lustig. Teilweise haben die ja so LEDs überall, laute Musik, es wird flott gefahren, sag ich mal. Rote Ampeln sind nicht immer rot für Tuk-Tuks, also das Zurücklehnen genießen. Bis jetzt sind noch alle mehr oder weniger durchgekommen mit dieser verrückten Tuk-Tuk-Fahrt, aber das ist dann schon ein großer Spaß. Ja, ich sag mal so, ich würde jetzt mal beschließen, dass wir Sicherheit mal auf dem Morgen parken, aber ich glaube, alle durchgekommen, da habe ich vielleicht ein, zwei alternative Fakten zu dieser These. Also beim Tuk-Tuk-Fahren echt vorher mal nach dem Preis fragen, aber passt ein bisschen auf. Also der Tuk-Tuk-Fahrer macht ja vorher noch mal so einen Check. Also der sollte, vertraut dem Mann. Also man sollte, wenn er den anguckt, der muss schon, der muss schon im Voll, das sind wirklich tatsächlich meistens Männer, die das Ding fahren, im Vollbesitz seiner Kräfte sein. Aber der zweite große Tipp, und der ist noch viel wichtiger, das war zumindest damals, als ich in den späten 2010er Jahren dort war, beim letzten Mal habe ich es gar nicht mehr so fett mitbekommen, dass eigentlich alle Tuk-Tuk-Fahrer irgendwo einen Vertrag hatten mit einem Schneider. So, das heißt also, wenn ihr irgendwo hinfahren wolltet, habt ihr erstmal einen sehr günstigen Preis genannt bekommen, seid dann eingestiegen, aber der Deal war, dass man dann einmal noch bei so einem Schneider, wo man sich hätte einen Anzug dann noch kaufen können, oder ein Kleid oder einen Hut, was auch immer man da geschnipselt und geschneidert haben wollte, hätte kaufen können. Und die Schneider haben dann immer irgendwie 50 Cent in den Tank geschmissen dafür. Und das Problem war halt nur, wenn du irgendwo schnell hin willst, dann musstest du zu so einem Schneider. Und ich bin mal an den Schneider von Sky Dumont geraten, Christoph Ohnebens. Der hatte so ein Buch damit und der hatte Sky Dumont war da zum Schneidern gewesen. Der hat gefragt, wo kommt ihr her? Und ich sage, Deutschland, dann holt er sein Büchlein raus und dann hat er hier, guck mal Deutschland, wer alle schon hier war aus Deutschland. Sky Dumont, an den erinnere ich mich noch, da waren noch so ein paar andere Granden. Ein paar B-Promi. Ja, ja, aber der war so ein guter Verkäufer. Und du kennst mich, Christoph, ich bin im ganzen Business groß geworden. Aber da wieder rauszukommen, dann sitzt du da eine halbe Stunde, dem zu erklären, warum du keinen Anzug brauchst. Und dir lässt sich eine gute Geschichte nach der anderen einfallen, warum du der neue Sky Dumont bist. Und dann, will ich das? Ja, das musst du ihm dann auch noch erklären, im Zweifelsfall. Aber passt dabei auf, verhandelt gut. Die geben alle nochmal einen Preisrabatt. Der erste Preis ist nie der Preis, zu dem auch gefahren werden muss. Das geht immer günstiger. Und ja, fragt vorher nochmal nach, dass es keinen Schneiderstopp gibt. Dann wird es aber manchmal auch ein bisschen teurer. Das muss man dazu auch sagen. Wenn ihr aber Zeit habt, fahrt mal bei Sky so einen Schneider rum. Schöne Grüße. Guckt doch mal, was er sagt. So, ihr seid Zug gefahren, ihr seid Tuk-Tuk gefahren, ihr seid im Stadtzentrum. Sehr, sehr gut. So, und jetzt passt sogar Adrian auf. Denn dieser Tipp, den müsst ihr machen. Das ist richtig, richtig geil. Denn ihr fahrt Boot. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen unspektakulär. Aber in Bangkok ist das der absolute Hammer. Du hast es eben schon gesagt. Es gibt so Kanäle, die künstlich angelegt sind, die sich durch die Stadt ziehen. Jetzt gibt es riesige Boote. Es sind keine Fähren. Es sind wirklich richtige Boote da, die diese Kanäle auf- und abfahren. Ihr steigt also ein. Egal, wo ihr hinwollt, steigt einfach ein. Kauft euch ein Ticket für 30, 40 Cent umgerechnet. Setzt euch da rein. Und ihr fahrt mit einer Affengeschwindigkeit durch diese Kanäle. Ihr zieht dann, wenn ihr am Fenster sitzt oder am Bootende sitzt, zieht ihr so eine Plastikplane hoch, weil dieses Wasser, sehr dreckig ist übrigens, spritzt euch sonst zurück. Aber diese Bootfahrt ist der absolute Highlight. Preis-Leistungs-mäßig. Das Geilste, was ihr in Bangkok erleben könnt. Ihr könnt da einfach den ganzen Tag hoch und runter fahren. Nehmt euch vielleicht eine Flasche Bier mit. und seid auf diesen Kanälen, selbst wenn ihr nicht darauf angewiesen seid, irgendwo auszusteigen. Ihr seht aber, wie die Einheimischen so ein bisschen leben, denn man kann mal hinten in die Häuser reingucken. Das ist auch ganz besonders von Restaurants, von Garküchen einfach, die dann da an einem Kanal stehen. Man sieht, wie die Garküchen nachts lagern. Also vielleicht will man es gar nicht wissen. Man will gar nicht alles wissen, was man da sieht. Die dunkle, das ist die dunkle Seite. Das ist die dunkle Seite. Da komme ich wieder auf die Tipps für die dunkle Seite. Christoph sagt gerade, ihr müsst echt, wenn ihr da fahrt, macht die Seitenwände hoch, weil dieses Wasser, in dem ihr da fahrt, das ist schon so, dass man sagt, okay, das ist das erste Mal, wo ihr merkt, gut, diese Hepatitis-Impfung, die hatte ihren Sinn und Zweck. Das ist so ein bisschen strange, aber man fährt wirklich durch die ganzen Hinterhöfe. Und das ist die schnellste Fortbewegungsmethode in ganz Bangkok. Hat mir damals ein Kumpel empfohlen, der da ein Auslandssemester gemacht hat. Und ist wirklich der Oberhammer. Also aus allen Aspekten her, Geschwindigkeit, individuelles Transportmittel, aber auch natürlich das, was man sieht und erlebt. Und man hat echt viele Einheimische, die das Ganze auch nutzen. Und ja, man lächelt dann so ein bisschen über die verstopften Straßen. Und das ist auch recht komfortabel und gefühlt auch sicher, Christoph. Wobei, die fahren da schon mal ganz schön speed aneinander vorbei. Also da sind zwei Handbrei zwischen. Naja, aber es gibt ja viele Tempel, die hat man ja vorher alle schon besucht. Man hat da so ein gutes Verhältnis schon nach oben in den Himmel. Und ja, da wird einen doch nicht gleich einer zum Hafe spielen rufen. Schaut mal bei Google Maps, ich habe es mir aufgeschrieben, Panfaliallat Pier. Wir schreiben das mal in die Shownotes, aber da geht es meistens los. Das ist so Richtung Chaos Sun Road, wenn ihr da übernächtigt vielleicht. Von da könnt ihr loslegen. Also sehr, sehr gut für 40 Cent, 30 Cent. Je nachdem, fahrt ihr mit diesen Booten durch die Stadt. Also das auf jeden Fall machen. Großer, großer Spaß und absolute Empfehlung von uns hier. Ja. Ansonsten, Fähren gibt es auch noch in dem großen Fluss, kommen wir da noch drauf zu. Auch da, das ist ein bisschen für weitere Wege, die man dann nehmen kann. Vielleicht sollte man so ein bisschen südlich fahren, Richtung Cat Tower. Auch eine sehr schöne Region. Touristen werden weniger, einheimische mehr. Da kommen wir ja noch bei dem Thema Sehenswürdigkeiten zu. Man kann also auch nur eine richtige Fähre fahren, die dann deutlich größer ist. Aber auf dem Wasser auf jeden Fall mitmachen in Bangkok, das ist der Tipp hier. Absolut. Gut, und Christoph hat es schon gesagt, also gerade wenn ihr jetzt zum Beispiel vom Flughafen bis zur Chaos Sunroad wollt, da könnt ihr genau diese Methoden nutzen. Das letzte Stückchen von der Endstation der Longtailboote könnt ihr dann zu Fuß gehen rüber zur Chaos Sunroad. Und das ist auch so der Ort, Christoph, wenn wir schon mal so ein bisschen ins Reisen rein wollen, bevor wir dann so ein paar richtig, ja auch, ich sag mal, spannende Sehenswürdigkeiten noch mit reinhauen, weil die Chaos Sunroad ist, glaube ich, in meinen Augen keine Sehenswürdigkeiten. Das ist eigentlich ein Erlebnisparadies, da ist ja wirklich, da musst du ja in alle Himmelsrichtungen gewappnet sein. Also das wäre auch unser Tipp, wenn ihr da noch nie wart und wenn ihr mal wirklich eine verrückte Nacht erleben wollt, verrückte Partys, verrückte, ach alles, dann nächte ich doch an der Chaos Sunroad. Das ist jetzt nicht mehr genau an der Bahnstrecke, wie wir es euch eben gerade empfohlen haben. Aber wenn ihr nur eine Nacht in Bangkok habt, Chaos Sunroad, da geht es wirklich an die Wurzeln des Backpackings, Christoph. Und da gibt es wirklich alles. Auf der Chaos Sunroad gibt es alles. Ihr könnt gerne mal reinrufen, was es dort nicht gibt. Ich bin mir gespannt. Ich wette, es gibt es dort. Also egal, was man sich vorstellt, das beginnt beim Skorpionen-Essen, geht dann weiter über eine Bahncard 100, kann man sich dort machen lassen. Genauso aber auch wie ein Harvard-Diplom. Pilotenschein. Ja, Pilotenschein. Und es endet dann damit, dass man abends natürlich im Entertainment-Bereich auch eine Ping-Pong-Show machen kann. Also machen kann man sie vielleicht, also angucken kann man sie. Ja, tue es schon. Ich sag mal so, angucken, sorry. Je nach Fähigkeit, je nach Fähigkeit. Ja, wie sagst du mal, Christoph, wenn du es dir vorstellen kannst, dann gibt es das da auch. Ja, also von daher, das ist so ein bisschen die Chaos Sunroad, Christoph. Und du bist natürlich auch, du bist ja einer der berühmtesten und belegtesten Taschendiebe dort, oder? Ich habe gehört. Ich habe noch irgendwo ein Video, ich wollte es eben nochmal raussuchen, wie ich versuche, Adrian auf der Chaos Sunroad zu bestehlen. Deshalb gleich der Hinweis hier. Er drehte sich mit schmerzverzerrtem Gesicht um, als er das merkte und wollte mir richtig eine klatschen. Dann, was ich sagen wollte, passt da auf eure Wertsachen auf. Denn es ist unglaublich laut, es ist unglaublich hell. Alle Diskotheken machen ihre Scheinwerfer nach draußen, Neon, LED, wie auch immer. Man ist da völlig abgelenkt. Das nutzen natürlich auch die lieben Taschendiebinnen und Taschendiebe, die einem gerne mal die paar Butt da aus der Tasche oder das Handy vielleicht rausziehen. Also von daher unbedingt aufpassen, vielleicht nicht so reagieren wie Adrian. Wir posten das Video vielleicht mal, wenn ich das freigeben darf. Ja, das darfst du freigeben. Man muss ja den Leuten auch da draußen so ein bisschen erklären, was da passiert ist. Also Christoph schleicht sich von hinten an mich ran und tut so, also ich wusste nicht, dass er das ist, und versucht von hinten, glaube ich, irgendwie mir in die Tasche zu fassen, mein Handy zu klauen. Und ich bekomme das mit, dass da irgendeine schmutzige, schmierige Hand irgendwie in meine Tasche geht und drehe mich natürlich um und versuche direkt robust zu erklären, dass man das vielleicht jetzt mit mir nicht so machen sollte. Und dann sehe ich Christoph. Und dann habe ich natürlich dankenswerterweise noch direkt wieder mein friedliches Lächeln drauf gemacht und wusste, ich bin hier hinter das Licht der Chaos Sunroad geführt worden. Aber da erzählen wir euch nochmal ein bisschen mehr zu, auch in der zweiten Folge, Christoph. Wenn ich auf die Uhr gucke, guck dir das mal an, Dürfen. Meine Güte. Jungen. Fast bei einer halben Stunde. Wenn mein Konformationsunterricht immer früher so schnell rumgegangen wäre, wie diese 30 Minuten hier, das wäre immer, da hätte mir viel geholfen. Der Konformationsunterricht fand ich gar nicht so schlimm. Also ich musste ja auch in die Kirche sonntags, Vaterunser, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist ja. Auch das erzählen wir euch. Da hast du nach einer Viertelstunde auf die Uhr geguckt, waren erst drei Minuten rum. Das war echt so schlimm. Wie beim 1860-Spiel. Pass auf, Chaos Sunroad, auf jeden Fall mal hingehen. Man trifft sich da wieder, selbst wenn ihr irgendwo auf einer Insel in Thailand mal irgendwen gesehen habt. Was machst du denn hier? Ey, was machst du denn hier? Also es ist irgendwie so ein magischer Anziehungspunkt, denn auch wenn alle sagen würden, da würde ich niemals hingehen, Backpacker und so weiter. Es gehen alle dahin, seid sicher. Selbst wenn es nur zum Flanieren ist, hoch und runter laufen. Ihr könnt das drei, vier, fünf Mal machen. Ihr könnt euch da draußen auf so Stühle setzen, so ein bisschen massieren lassen, Leute beobachten. Das ist schon ganz cool, hat schon irgendwie ein Flair. Klar, es ist völlig touristisch. Trotzdem gehört das vielleicht gerade für junge Leute zu den solchen Sachen dazu, die man einfach mal gemacht haben muss und die man sich dann irgendwann mal in der Kneipe in Deutschland erzählen kann. Jo, ich war auch da, so wie wir es ja hier auch gemacht haben. Ja, es ist die Backpacker-Straße vielleicht überhaupt auf diesem Planeten. Wer von euch diesen ikonischen Backpacker-Film The Beach gesehen hat, da läuft Leonardo DiCaprio auch auf der Chaos Sand Road rum. Spätestens seitdem gehört es dazu und besucht da ein nettes Internet-Kaffee. Ich glaube, die gibt es nicht mehr heute. Wobei wahrscheinlich, wenn du es dir vorstellen kannst, dann gibt es das noch. Ist auch schon noch da. Aber es ist wirklich, um mal ganz kurz Thailand zu atmen und auch ehrlicherweise so viel Historie zu atmen. Wenn man jetzt rausfährt auf die Inseln, es ist da, glaube ich, fast schon moderner überall als auf der Chaos Sand Road. Aber ihr bekommt noch wirklich alle Klassiker. Ich hätte das schon halb anekdotisch genannt, die Ping-Pong-Show. Es gibt Stinkfrucht. Ihr könnt die überall probieren. Die Frucht, die in jedem Hotel verboten ist. Es gibt alle Arten von Streetfood-Patei. Es gibt Skorpionen. Ich habe es schon erwähnt. Also wirklich auch verrückte Sachen. Ihr könnt Hühnerfüße essen. Es ist alles da und alles in einer Straße sehr, sehr eng aufeinander komprimiert. Es gibt genügend 7-Elevens, um da den Durst zu löschen. Das hört sich so an wie so eine Mischung. Ich sage immer, Christoph, wenn man dem alten ICQ-Vogel eine Knarre an den Kopf hält. So ungefähr hält sich das an, wenn man in den 7-Eleven reingeht. So in etwa. Aber ja, von daher, diese Straße hat ihren Zauber. Sie hat ihren Reiz. Und man sollte sie sich mal angeguckt haben. Ich glaube, mehr als einen Abend da zu verbringen, ist schon eine Sache, wo wir andere Empfehlungen hätten. Aber einmal einen Abend, Chaos Sand Road, machen. Einfach mal da sein, aufsaugen. Mitmachen. Diese anderen Empfehlungen, die pressen wir in unsere zweite Folge. Wir müssen noch ein bisschen über Sicherheit reden. Wir müssen noch mal gucken, wo man übernachten kann. Kulinarisch. Kulinarisch. Das kann auch wieder was werden. Und wir gucken uns noch mal ein paar verschiedene Tempel an. Ich verrate noch mal mein Lieblingscafé, habe ich mir so gedacht. Das ist mir vorhin wieder eingefallen. Also von daher, für die zweite Folge. Ihr seid jetzt so ein bisschen, ihr seid gar nicht mehr so richtige Bangkok-Anfänger. Ihr seid schon fast auf Bangkok fortgeschritten. Von daher, wenn ihr gerade im Flieger sitzt, könnt ihr vielleicht gleich weiterscrollen. Oder ihr wartet einfach noch mal ein bisschen für die nächste Bangkok-Folge. Denn dann machen wir noch mal ein bisschen weiter in dieser wunderbaren Stadt. Und vielleicht wisst ihr jetzt schon nach diesen 30 Minuten, ja, wir hatten es vorher gesagt, das Lager. Entweder man hasst Bangkok wie die Pest oder man liebt es. Vielleicht könnt ihr ja jetzt schon entscheiden und ansonsten Entscheidungshilfe dann nächste Woche oder direkt hinten dran. In der Tat. Und ich glaube, bei uns hat man schon ein bisschen rausgehört, wie wir Bangkok finden. Also, ja, wir haben Impfung, wir haben das Medikit dabei, wir haben die Stahlkappen am Flipflop, wir sind in Bangkok bereit. Die besten Hinterhöfe, die immer geflohen sind. Die besten, ja, ja. Tiere, die sie nicht im Vorgarten erwartet haben. Das ist so eine eigene Kategorie. Wie, ja, ich bin mit einem Haifisch gebissen worden, der lief da im Garten rum. Alles klar. Meine Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr auch heute wieder reingehört habt. Wir freuen uns natürlich riesig, dass ihr dabei wart und freuen uns umso mehr, wenn ihr nächste Woche auch wieder einschaltet. Bis dahin empfehlen wir euch natürlich ganz, ganz fleißig unser Buch. Schaut mal vorbei auf den gängigen Plattformen und bestellt euch auf Welttournee von dem lieben Christoph und meiner Wenigkeit die schönsten Erfahrungen, die wir auf dem ganzen Planeten Erde irgendwo machen durften. Und darüber hinaus spielen wir im Frühling auch unsere Tour. Denkt bitte mit dran. Es geht bald los. Februar kommt. Dann geht's los in Berlin. Es geht weiter über die schönsten Städte Deutschlands. Und darüber hinaus, wir haben dabei Köln, wir haben Düsseldorf, wir haben München, wir haben Hamburg, wir haben Hannover. Alle Städte, die ihr liebt. Und ja, freuen uns auf euch. Freuen uns, euch zu sehen. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.